Die Erzählung webt eine reiche Textur aus persönlichen Beziehungen, literarischen Schaffensprozessen und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Kafkas Werk und Leben prägten. Jede Episode konzentriert sich auf einen spezifischen Aspekt oder eine Periode seines Lebens, von seiner Freundschaft mit Max Brott über die komplexen Beziehungen zu seinen Verlobten bis hin zu den Herausforderungen seines beruflichen Lebens.